Schleift auf Null. Sechs ran, Alonso, Alonso greift an, Vettel hat ein Problem, Alonso übernimmt die Führung. Motor, Motor, es raucht. Das kann jetzt nicht wahr sein. Ja, auch Hamilton geht vorbei, Vettel explodiert in Korea. Nix Visibility. Och, Doppelausfall Red Bull. Da fliegen noch die Teile über die Fahrbahn. Vom Motor, ich nehme an, ja, schau mal, den hat es richtig zerrissen. Er sprach am Samstagmorgen davon, den Wagen zu schonen. Auch die sind am Anschlag mit den Motoren. Nix, Alonso und Probleme. Vettel zerreißt den V8. Gelb logischerweise, Auto brennt, ein Feuerlöscher wäre jetzt nicht schlecht. Untertitelung des ZDF. Untertitelung des ZDF, 2020